Der Geist, der Geist wird unser Stabheit auf. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für diesen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer im achten Kapitel. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Liebe Gemeinde, der Sonntag ex Audi ist der Tag im Kirchenjahr, der die Anfechtung zum Thema macht. Wir begegnen den Jüngern, die von Jesus verlassen worden sind. Ihr Meister ist zurückgekehrt zu seinem himmlischen Vater. Jetzt müssen sie offensichtlich ohne ihn zurechtkommen. Pfingsten ist noch nicht passiert. Der Geist Gottes, der Geist der Hoffnung und der Wahrheit hat sich noch nicht auf sie gelegt. Die Zweifel melden sich. Die Mutlosigkeit, die Angst. War das mit Jesus nicht doch nur ein schöner Traum, der jetzt zerplatzt wie eine Seifenblase? Anfechtung. Diese Seelenlage ist uns in Zeiten von Pandemie, Krieg und Klimakatastrophe nur zu bekannt. Auch der große Apostel Paulus kennt die Anfechtung. Schwachheit nennt er sie. Wenn man aufhört zu beten, weil einem Gebete nur noch vorkommen wie Selbstgespräche oder wenn man sich fürchtet vor der Zukunft oder wenn man die Verheißungen vergisst, die Gott noch für seine Welt hat. Paulus hat solche Anfechtung persönlich erlebt. Er kennt sie aber vor allem auch aus seinen Gemeinden, die er gegründet hat. Und drum schreibt er ihnen zum Beispiel der Gemeinde in Rom von solcher Schwachheit, von dieser Kehrseite des Glaubens. Es geht ihm dabei nicht um oberflächlichen Trost, so nach dem Motto, das erleben alle so, da muss man als Christ eben durch. Er ist vielmehr davon überzeugt, dass gerade in solcher Schwachheit Christen Gottes Hilfe und Nähe erfahren können. Vielleicht vergleichbar mit einer lebendigen Beziehung, die wird weniger durch Harmoniesucht gefestigt, sondern braucht auch den Mut zur Auseinandersetzung und Reibung aneinander und die starke Erfahrung, dass richtiges Streiten nicht trennt, sondern verbindet. Paulus nennt drei Beispiele, wie Gott uns gerade in unserer Schwachheit in der Anfechtung begegnet. Beispiel 1. Eine Erfahrung beim Beten. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, heißt es bei ihm, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Manchmal ist es ein Schicksalsschlag, durch den das Leben in ganz andere Bahnen gelenkt wird, als wir es möchten. Welchen Sinn hat es zu beten, wenn Gott uns doch nicht erhört? Wie gut, wenn wir mit dieser Frage und mit unserer stockenden Sprache dann nicht allein bleiben. Die Psalmen, das Gebetbuch im Alten Testament, bieten uns Worte an, wenn uns die Worte fehlen. Bitten, flehen, ja auch klagen können wir uns hier ausleihen, wenn unser Kopf und unser Herz leer sind und uns die Worte im Hals stecken bleiben. Zum Beispiel die Klage aller Klagen, die Frage aller Fragen. Mein Gott, warum? Solche Worte können Resonanz in uns finden, können zu unseren Worten werden und uns aus der Ohnmacht und Einsamkeit holen. Wie Gott uns in Anfechtung begegnet? Beispiel 2. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist ein kostbarer Satz, der in den meisten Bibeln dick gedruckt ist. Dietrich Bonhoeffer gehört zu den Christen, die aus diesem Wort große Ermutigung gezogen haben. Er hat es so ausgedrückt. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. So fassungslos uns das Schicksal der Flüchtlinge aus der Ukraine machen kann, so beherzt macht es zahllose Freiwillige, mit anzufassen, dass Frauen, Kinder und Familien Schutz und Hilfe bei uns bekommen. Wie Gott uns in der Anfechtung begegnet? Beispiel 3. Gott hat Menschen ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht. Es ist eine lange Kette von Perspektiven aus Gottes Sicht, die Paulus da aufzählt. Vielleicht zitiert er da auch einen urchristlichen Hymnus in poetisch-rhythmischer Sprache. Es ist, als ob er schon jetzt ein Loblied anstimmt über das, was Gott noch mit uns tun will. Dabei sind wir noch ganz auf uns selber fixiert. Angst hängt ja mit Enge zusammen. Wer sich ängstigt, der hat einen verengten Blick. Er ist ganz bei sich und ganz eng bei dem, was er als Bedrohung wahrnimmt. Der Apostel aber stimmt ein ganz anderes Lied an. Es ist, als ob er wüsste, was sich im Himmel abspielt. Wir singen zwar Gott keine Loblieder, damit wir damit unsere Ängste überwinden. Aber faktisch ist es so, dass uns das Gotteslob die eigenen kleinen und engen Perspektiven weitet. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gottesdienst feiern. Wenn wir in das Gotteslob der Dichter von damals und heute einstimmen. Gottesdienste sind nicht zuerst für die Stärken im Glauben da, sondern für die Schwachen, für die Angefochtenen. Wen Gebetsmüdigkeit plagt und Ängste umtreiben, der kann hier abgeben. Es ist gut, wenn wir miteinander den Mund voller nehmen, als wir uns das alleine und aufgrund unserer Stimmung trauen würden. So kann der Geist des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung einziehen, wo gerade noch Schwachheit und Anfechtung ist. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Martin Luther hat über die Anfechtung das gewichtige Wort gesagt. Wer nicht angefochten wird, der kann auch nicht glauben. Es gibt offenbar so etwas wie einen geheimnisvollen Segen der Anfechtung. So etwas wie einen geistlichen Gewinn in der Glaubensschwäche. Dass wir uns in solchen Situationen elementar nach dem Geist Gottes ausstrecken. Dass wir es so viel deutlicher spüren, wie sehr wir ihn brauchen. Und dass wir es erfahren können, wenn wir darum bitten. Wie zum Beispiel in einem zeitgenössischen Lied. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich, wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Meine ganze Ohnmacht, was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich, wandle sie in Stärke, Herr, erbarme dich. Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich, wandle sie in Wärme, Herr, erbarme dich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus, Amen. In Christus Jesus, Amen. In Christus Jesus, Amen.